Wir infiltrieren hier alles und da kommen jede Menge an. Und rein hier. Komm schon, komm schon. Sag guten Tag. Sag guten Tag zum Reißgrafen. Sag guten Tag zum Reißgrafen. Und gute Nacht. So, kommt meine Kleinen. Happa, happa. Happa, happa. So ist fein. Fein. Feine Jungs. Ganz fein gemacht. Okay. Ich denke mal, dass wir da jetzt wahrscheinlich gleich direkt in die Anlage reinkommen. Und ich hoffe es, dass wir dann letztendlich in ihr Herzstück reinstoßen. Und eine Blutspur ziehen. Okay, gucken wir mal eben hier. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich gleich da hinten an der Seite weitergehen. Weil, nein, hier tut sich nichts. Okay. Das heißt, wir werden dann hier außen rum müssen. Gehen hier an die Küste dran. Ja, geil. Das haben wir alles schon infiltriert. Sozusagen. Da oben sind natürlich überall Plattformen. Leck mich am A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-L-O-P. Hui. Ja, ihr habt's gut, ne? Ihr könnt fliegen. Hm. Ich wollte mal vorhin gesagt haben, da sind natürlich überall Plattformen. Äh, von wo aus die uns gut beschießen können. Und, äh, ja, wir die aber... Aber nicht... Schon gerade sagen. Ja. Ey, seid ihr so blöd? Ihr müsst euch doch nicht in die Flammen stellen. Ah, jetzt ist er so blöd. Oh. Hallo? Kommen die nicht mehr hin? War's das? Ja, ich glaube... Ich befürchte, das war's. Quietsche Entchen. Quietsch, quietsch. Quietsche Entchen. Hallo, hier ist euer Quietsche Entchen. Oh, shit. Okay. Egal. Wir sind wieder auf uns alleine gestellt. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Was passiert da nicht, wenn wir den da reinschmeißen? Aber naja, gut. Wollen wir nicht übertreiben. Aber jetzt, ähm... Mal eben gucken. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Wie kommen wir da hoch? Äh... Etwas Muni könnten wir auch gebrauchen. Ähm... Ah, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Können wir das irgendwie? Huh, ja, können wir, können wir, können wir, können wir. Können wir. Und wir haben's. Ähm... Ich wollte da hin. Und zack. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier wieder hoch. Und weiter geht's. Oh, Freeman. Laufen. Freeman ist da. Ich bin hier. Ziel Freeman, du versuchst uns abzufangen. Und da sind unsere Freunde wieder. Wir sind doch nicht alleine. Wow, die haben uns, äh... Ah, sehr gut. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Und wo wird noch geschossen? Okay, sie kümmern sich drum. Klasse. Spitzenmäßig. Hast rein. Gut, wir sind jetzt hier oben. Da kommen wir nicht weiter. Also denke ich... Hui. Hier hin. Solange uns unsere Freunde hier nicht runterschmeißen. Okay. Ihr kommt mit. Folgt mir. Oh, oh. Äh. Habt ihr das gehört? Okay, wir müssen rüberspringen. Ai, 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 ai. Ja, könntet ihr mal euch da oben, äh, drum kippen? Hm. Äh, die Headcrap, die hättet ihr... Ja, da kommt ihr jetzt leider etwas zu spät. Okay, wir müssen da wohl selbst ein bisschen... Ah, jetzt, 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 jetzt fangen sie an, hier mitzuhelfen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was war das denn wieder für ein Vieh? Ui, 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 ui. Ich glaub, da war nix, ne? Dann gehen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich mach die Taschenlampe an, während die Daten geladen werden. Mir ist mir auch schon aufgefallen, dass das gar nicht immer angezeigt wird. Letztendlich bei der Aufnahme. Dieses Lade-Daten, was dann jetzt, so wie jetzt gerade, zum Beispiel in der Mitte steht. Deswegen ist das ja, denke ich mal, nicht so verkehrt, wenn ich dann immer sage, dass die Daten geladen werden. Sonst wundert ihr euch, warum passiert nix? Bleibt er einfach nur auf der Stelle stehen? Aha. Okay, weiter geht's. Ah, wir müssen nur gucken, unsere Taschenlampe, die hält nicht ewig. Aber ich glaube, wir sind jetzt langsam in deren Herzstück, wir sind in deren Basis jetzt eingedrungen. Ups. Was haben wir hier? Und unsere Taschenlampe ist ausgegangen. Okay. Wir gehen dann mal hier hoch. Oh oh. Oh oh. Wir gehen hier her. Da hinten sind die. Ach, da auch überall. Äh, können wir irgendwas machen? Sichtkontakt, Sichtkontakt. Ja, wir können was machen. Ja, wir können was machen. Sehr schön. Ast rein. Das geht. Aber die haben Alarm gegeben. Die haben Alarm gegeben. Ja, da kommen welche hoch, da kommen welche hoch. Da hinten ist noch einer. Da ist noch ein Wachturm. So, wir schauen jetzt mal, ob wir hier auch irgendwas einsammeln können. Ich hoffe, dass das jetzt gerade nicht zu dunkel ist bei euch. Ähm, hallo? Kommen wir hier gar nicht, äh, wo ist er denn da? Und schneller. Können wir hier nicht rein? Ne, können wir nicht. Das heißt, die müssen erledigt werden. So, wir gehen jetzt mal eben kurz hier hinter. Und peilen das nochmal an. Ne, von hier wurde ja nicht mehr geschossen. Ach, du Scheiße. Cool. Die ist ja nicht gerade klein hier, die Anlage. Jawoll, wir haben es eingenommen. Klasse. Ihr seid Töfte. Spitze. Der Turm wurde ebenfalls eingenommen. Ja, ist doch geil. So gehen wir nämlich auch gleichzeitig... Oh, ich wollte dir gerade einen auch für rüberhauen. So gehen wir nämlich gleichzeitig auch so ein bisschen taktisch hier an die ganze Sache ran. Indem wir hier unsere Kameraden auch da an die Front schicken. So mutig wie wir sind. Oh, die brauchen Verstärkung. Ach, wieso denn? Da haben wir wahrscheinlich die nächste Hürde. Aber sicher doch, da hinten. Oh, oh. Okay, wir gehen jetzt mit ins Geschehen rein. Gehen die schon Alarm? Ihr bewerft meine schönen Helferlein mit Granaten. Das werde ich euch austreiben. Oh, oh. Da kommt er jetzt aus der Luft, ne? Okay, dann weiß ich schon, was wir jetzt machen. Erstmal speichern und holen das von der... Und holen den erstmal vom Himmel. So ungefähr. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Ich denke, das könnte ganz witzig sein. Ne? Wenn wir den einfach mal da vom Himmel holen. Ach Gott, der ist ja noch an. Da kommt noch einer an. Zu früh gefreut. Okay. Shit, shit. Wir haben keinen mehr. Wir haben keinen mehr. Wir haben keinen mehr. Wir können den nicht mehr vom Himmel holen. Oh, meine Freunde. Ich weiß. Wir haben eine schwere Zeit vor uns. Hier haben wir noch was. Okay. Ich versuche den vom Himmel zu holen. Shit. Ging nicht. Ging nicht. Ging nicht. Wir haben keine Munition mehr hier. Für unseren Raketenwerfer. Mist. Wir haben keine Muni hier. Boah. Okay, ich denke, wir müssen einfach hier weiter durch. Durchs Gemü. Getümmel. Hier haben wir. 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 Loos. Los. Nochmal. Jawoll. Boah. Hier ist der Teufel los. Hier ist der Teufel los. Ei, Karamba. Ja, meine kleinen Freunde. Euch kann ich hier gar nicht überall so schnell hinschicken, wie ich möchte. Ei, Karamba. Na, wenn das keine Action-Szene war, dann weiß ich es auch nicht. Gut, meine Freunde. Ihr habt natürlich auch mitgeholfen. Ja, ich hab's gesehen. Wow, hier brennt alles. Okay, wir machen folgendes. Ah. Wir stürmen weiter vor. Geile Action-Szene. Aber weiter geht's. Was haben wir hier drin? Gut. Da auch nochmal eben. Okay, wir haben. Da volle Energie. Hier kommen wir nicht weiter. Richtig? Richtig. Das heißt. Wir gehen jetzt hier durch diese Flammen durch. Ah, da ist auch noch was. Oh. Äh. Ja, hier müssen wir aber irgendwie schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Ähm. Wie sieht's aus? Haben wir hier nachgeladen? Haben wir. Wir haben volle Munition. Jetzt würde ich sagen, erstmal einmal abspeichern. Wir sehen ja wieder ganz gut aus. Sowohl von der... Ja, okay. Anzugenergie fehlt uns komplett. Aber alles andere geht. Achtung. Nicht verbrennen. Ja. Ich hab doch gesagt... Oh. Vorsicht, ne? Jetzt habt ihr euch wehgetan. Meine Kleinen. Oh. Oh. Alarmstufe rot. Exogen eindringen in Nova Prospect. Perimeter Kommunikationsstatus 0. Jetzt wird's dunkel. Sterilisatoren in gefährdeten Blocks A5, A7, B2 einsetzen. Ich hoffe, ihr könnt die Durchsagen hören. Ihr habt die mitbekommen. Die leiten also jetzt hier diverse Maßnahmen ein. Äh. Oh. Shit. Um uns natürlich zu eliminieren. Ich mach mir die Taschenlampe an. Damit das für euch nicht so dunkel ist. Oh Gott. Was passiert denn hier? Hm. Kann man jetzt schlecht sehen. Auf jeden Fall werden gerade wieder die Daten geladen. Hier rumpelt's aber ganz schön im Karton. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Nova Prospect. Yeah, Baby. Wir sind angekommen, wo wir hinwollen. Und wir wollen den Vater von Alex hier rausholen und helfen. In Nova Prospect.